Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von TTT mit dem Hasen, dem Cyrex, den Reeper, den Flory und dem Ray. Hallo. So, wer ist von euch Traitor? Ich. Ja, alle. Kannst mich töten, ich bin Traitor. Oh, ich hab ne Leiche gefunden. Was? Ja. Ich hab grad gerade gehört. Ja, das ist ganz wichtig. Das war ich. Und ich hab ne Leiche gefunden. Ja, ne, hallo. Haben wir einen ist ne Leiche. Ja, die hab ich auch schon gefunden. Wo? Dort die Leiche, die da hier am Boden ist, die meinst du? Ja. Gleich, da soll ich nochmal mit Overwolf, ob ich jetzt, äh, nochmal. du 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 du. Das sieht cool aus? Scheiße, verhol' jetzt auf Overwolf und spiel' das Spiel. Ja. Das ist doch wurscht, wer da jetzt redet. Ich muss jemanden. Ja, okay. feuer nicht daran gehen hat jemand geworfen hier ist der schlechteste traiter aller zeiten weiß ich nicht als erst auf jeden fall gestorben gerade obwohl noch keinen weg gemacht hat glaube ich macht die ganze zeit der hase ist es der wird merkwürdige geräusche ja gut das sage ich ja immer ne angst hase das habe ich nicht aber ich suche eine gescheite waffe hier liegt hinkis leichter da ist wir gerade untergefallen da will ich nur noch mal weg ist unten ich würde ich lieber koko so wenig sei es selbst du noch ich habe dich doch nicht mal getroffen warte kann es sein dass du es warst nein ich kann runtergefallen wie du gesehen hast ich lauf gerade in die falsche richtung ich weiß ich kann es nicht gewesen sein ich habe dieses blöde teile für das rätsel eingesammelt ja es gibt ja zwei trete von neuner wir trotzdem kann ich nicht gewesen soll ja aber hink ist ja schon tot einer muss von euch sein dass ich habe geschossen aus meiner sicht ich bin in oder kannst du da sein nein ich bin also nicht nur auf mich geschossen ich habe nicht auf dich geschossen genau unter dir ist genau unter dir ist ein einschlussloch das nimmt man auch Arschloch oder wie meine güte ich bin zu doof für den weg hier und feuer ich muss da lang du gehst in die andere richtung oder so und dann nicht runter ach du scheiße warte warte ist es hat gerade Molli geworfen ich habe ihn abgeschossen ich habe ihn abgeschossen aber echte weißt du wenn du dich selber küsst ich habe mich nicht selbst gekillt ich habe ihn blind einfach abgeschossen ich habe getroffen aber ich habe noch zwei mitgenommen also alter schwede hättest mich wieder belegen sollen und er ist diese fucking bombe da wo die ganzen leichen waren dabei ja die ganzen leichen genau wir sind überall wo du ganze Zeit rumgelaufen sollst du da waren alle gute aber meine leiche wolltest du uns etwa auch umbringen nein ich wollte das rätsel lösen was macht das rätsel du kannst du Musik anmachen jawoll 2 Meter ja Flori geh weg also einen Trait haben wir dann schon mal bitte mich nicht töten warum redet Cyrax eigentlich nicht was soll ich sagen ah er lebt doch noch er lebt doch noch er lebt noch er war vorhin tot deswegen konnte er erstmal nicht reden oder schon laufen ja ich will hinterlaufen ich wollte die gehen ja ja ich lauf weiter oh oh wann fällt ihr durch den Boden auf weiter weiter ja was aktiviert was ich hab gerade eben ich hab gerade eben was gehört was du gerade aktiviert haben könntest ich hab nichts aktiviert ja ja ey erik ja wer ist erik erik ich fühle was ich weiß es auch nicht komm geh weiter such riepe komm geh du weiter komm ja lauf du weiter nach hinten oh gott ich glaube das ist eine Traitor-Falle ich geh da nicht rein hallo geh komm mal da schenke ich dir oh oh ich brenne Wolli abgekriegt anscheinend brennt oben alles wo sind denn alle hallo wo sind denn alle ohne Frage hallo riepa juhu ich hab einen gefunden da ist noch einer juhu wissen das sorry woa der riebus aua aua hat er gerade einen Molli geworfen hey repo hast bei mir gerade den Confirmed Dead also bei mir lebt der noch bei mir war er gerade Confirmed Dead ich glaube habe eine leiche gefunden habe eine leiche gefunden ha aua da liegt noch eine leiche da ist es tot oh älter schede so viel falsch an rate wenn du gerne mir vertrauen würdest weil ich glaube ich glaube dir irgendwie ein bisschen habe ich so das Gefühl ich habe irgendwie ein gutes Gefühl wenn du willst wenn du willst können wir beide red und reaper töten weil ich habe reaper vorhin schon erwischt als er einen schalter aktiviert hatte deswegen können wir die beiden doch abschießen oder und red hat den Molli geworfen ich glaube dir also Henki Henki ja sollen wir zusammen arbeiten ich weiß nicht ich vertraue ich vertraue du kannst mir vollkommen vertrauen ich bin innocent und ich glaube dass es rate und reaper ist ah reaper übrigens ich habe gerade das gefängnis gefunden wo du dich eingesperrt hast wahrscheinlich oder das gefängnis war auf der minecraft map ach so ja stimmt genau die folge die wir unbedingt wegschweiß wegschmeißen mussten eigentlich ich will ich will jetzt endlich die leite runter oh hier scheint ein traitor tester oder sowas zu sein ich komme hier nicht mehr hoch äh hallo hi hau mal komm mal mit ja ja traiter tester ach so das ist ein traiter tester ich wusste es gar nicht ok Henki ich hab vertraue du arschloch ich hab dir vertraue du arschloch und ich halte einfach die Schnauze und sag gar nix die ganze Zeit nun mal so bei TTT irgendjemandem zu vertrauen ist ein ganz fataler Fehler ist ein ganz fataler Fehler oh ja genau ach leeeeg ja Bassbeam ist gut hör auf geht doch wow oh hallo 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 das ist immer so es liegt die leute die am vertrauenswürdigsten sind sind meistens die Traitor also naja nicht immer neuer der Bassbeam ist immer noch hier ja ich habe ich das stimmt das ist nicht geschaut alter Schwede und telefon hallo ist kurz aufg ja da rex hallo 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 weißt du wo hier Pistotels liegen ist ich hab hier mal den Geheimgang aufgemacht außer die anfangsrunde vielleicht war noch nie Traitor hier hier das hört sich auch an wie ne AK nein das ist ne AR15 ah ok hallo oh scheiße was ist das komm mal hier hey da ist ein ZOB hinter da 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 das ist das ist von dem Bassbeam noch in der letzten Runde hallo ich hoffe das ist in der nächsten Runde weg sonst dürfen wir den Mittelraum nicht mehr verwenden äh leucht ich dachte es wäre ein Traitorwaffe was seid ihr denn ich häng hier mit Cyrax ab in er verfolgt mich die ganze Zeit nicht erschießen wenn er mich weiter verfolgt Cyrax ist es nö ich verteidige mich selbst ah hier bin ich beim Traitor Tester ah Cyrax hat mich angemessert was auch zu lügen ich hab nicht mal ein Messer wer ist denn das Cyrax hallo guck mal der Henke hat sich da ist weggerannt guck mal weißt du jetzt hin es weg hänke 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 wo seid ihr denn ich laufe die ganze Zeit im Kreis glaube ich das ist doch gut na die Map ist allgemein ein bisschen verwirrend komm ich will nicht so später nicht kriegen kann ich die Türen zu machen mach scheiße ah der Bassbeam ist endlich weg alter die Geräusche ohne Spaß oh manno ich glaube ich hab nen Weg gefunden ja ich bin in der Haupthalle hallo Weeper hä hier hier achte achte ah da 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 war das jetzt was war das oh nicht war's was ich war's nicht naja vielleicht ein bisschen das ist ein bisschen ich bin ein bisschen Traitor aber nur zu 17% weißt du ist ja auch hänke weil der hat gesagt ich hab ihn angemessen und er hat sich irgendwo versteckt und ich baue aber was auch immer und hänke könnte es sein war nur hänke also nicht oder angeschossen wir leben noch Hase hänke du ich Hase bist du da ne der ist auf K Hase ist auf K ja dann so wusste ich nicht ja dann einen Moment mach's fertig nein aaaah doch maß nehmen ne hallo 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 ich hab's aber auch nicht dieses scheiß Rätsel hier zu lösen ich war endlich mal Trater wurde auch mal Zeit mich wird immer vorher abgeknallt vor ich das scheiß Rätsel gelöst bekommen nur am Arzt habe ich dich nicht das ich halte mich daraus egal hallo ich hab' ich hab' ich geknallt hallo ich halte mich einfach da die Stolen sind kostenlos oh ja das ist wunderbar es gibt von denen so oder so zu viele hallo 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 du bist auch komisch ich lauf nur im Kreis rum ja 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 was anderes macht man in dieser Map auch nicht Flori Hase lass mich in Ruhe ich will bloß hier rein äh hier raus sorry was denn hier ach hier war der Raum wo man nicht mehr rauskommt ok ah hallo Hanky Hanky kurs Hanky Hi Rex Giskas wieso ist Hanky jetzt Hol hast du den jetzt gekillt Hanky? ja weil er mich angeschossen hat lol ok hallo hier ist der Hase der Hase ist da schön weiterlaufen und Raid? nein nein ich mag Hase das weg da war doch wer ähh ist mir kein Weg mehr raus wie geil das aussieht was denn lauf schön weiterlaufen ja du warst zum hopp hopp na schön weiterlaufen komm da ist noch wer da ist der Flori ja wo ach da oben hallo Raid hallo komm hoch komm hoch oh nein oh nein jetzt kann jeder von euch Traitor sein nein ich hau lieber ab hallo aua aua das war ich nicht nicht schießen nicht schießen das war ich nicht ich habe ein Lichtschwert draußen wie du siehst au joll ja wer waren bis dann hallo hallo es lebt noch jemand hä riepe 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 ist einer davon hallo hallo riepe riepe hör auf du bist Traitor riepe 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 die riepe doch raushalt aus dem jenseits sagte auch auft ist immer die wichtigste Lösung bei Dead Ringer. Ach, Tonfisch. Ach, Tonfisch. Ach, Tonfisch. Ich hab das überhaupt nicht gecheckt mit dem, mit dem, äh, mit dem, äh, Dead Ringer wieder mal. Super. Ich mach's nicht. Ja, du ist schon fies. Nee, das ist das wohl noch gar nicht. Der ist bei Reaper aber immer Standard drin. Ja, das sollte man eigentlich... Aber standardmäßig ganz permanent Tab gedrückt zu halten, nur um zu sehen, ob irgendjemand in den Dead Ringer geht. Nee, nee, nee. Aber ich hab keine Nussent getötet. Du hast, du bist gestorben. Ich dachte, ich gucke hier kurz, weil ist alles tot. Ich hab dich bei Konfettet gesehen. Und dann plötzlich quatscht du wieder und du bist, du bist am Leben. Darum, ich hab das nicht permanent am Drücken. Drücken, einmal kurz drauf erleben, alles noch. Und so gut ist es. Sonst kannst du nachher dann im Video nachgucken. Oh Gott, ey. Und der hat schon wieder meine Identität... Oh Gott, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Scheiße. Identität. Ja, hatte die geklaut. Oh, Henki? Ja. Ich will die Waffe haben. Na pech, ich hab sie zuerst gefunden. Ich will aber die Waffe haben. Ich will die auch haben. Nein. Bitte, bitte, bitte. Nein. Bitte. Was ist das Wort? Hey, 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 hey. Du kriegst die Waffe, ich hab die Waffe, ich hab die Waffe, ich hab die Waffe gespürt. Nein, das ist nicht die, die Waffe. Ich will die die geklaut haben. Ach, das hat auch ne Degel. Ab Cyrax. Moment, noch warten, nicht dass er bumm macht. Also Henki ist tot. Cyrax, Mati. Man, so kann ich jetzt die... Oh, ich kann nicht scheiß, warum ich hier aufnehmen, so zum Kotzen. Hey, ich hab für dich ne Degel, wenn du willst. Also ich bin... Ich bin konfirmt, Inno. Ja. Okay, danke. Aber wer ist das... Wer ist denn der Letzte? Hey! Was? Oh, shit. Da ist einer runtergefallen. Aber Gott sei Dank war das keine Traitor-Falle, weil sonst wäre ich am Arsch gewesen. Ah! Ich brenne, ich brenne! Hase! Hase! Ah, verdammt. Einfach mal selbst zum Bringen. Cyrax, was war das? Was denn? So, so einfach losballern. Darf ich euch beide? Dich hatte ich fast gehabt, aber da hast du dich bezahlt, aber da hast du dich bezahlt. Aber Gott sei Dank hat mich der Hasen denn nicht abgeschossen. Mich hast du auf 43 runtergeschossen, also es war nicht wirklich schwer. Ja, ich hatte keine Erstwaffe gehabt. Jetzt habe ich einer mit der Scheiße. Ich auch. Oh, ey. Boah, ey. Boah, ey. So, wer wieder Traitor? Nein, ich glaub's ja nicht. Okay, Artenabschießen, nein, Quatsch. In Kies da. Tötet den Hasen. Tötet den Hasen. Also, im Rest habe ich schon gekült. Hallo, Reaper. Hallo, Cywix. Äh, ey, hoi. Hallo. Hallo. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hast du gerade versucht, mich abzuschießen, mit der Hase? Wenn ich das hätte gewollt, dann hätte ich besser gemacht. Ja, genau so gut wie beim letzten Mal mit dem Molly. Sorry. 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 Ja, sorry, ich schlag mich die runter. Henke ist es. Nein, ich bin's nicht. Boah, ist jetzt nicht Kores, du hast auf mich geschossen. Ja, aus Versehen, wie gesagt. Schlag mich runter, dann ist alles fair. Buzzbeam, weiß nicht. Nicht gut. Da starb jemand, da starb jemand, da starb jemand. Ja, das habe ich auch gehört. Boah, noch einer, noch einer. Ja, nicht angreifen, ne? Schlag mich runter, wie gesagt. Okay, da dreiech ich, da dreiech du. Du dreiechst du, du dreiechst du. Wer hast du? Wer hast du? Wer hat mich angeguckt? Ja, sovie habe ich niemals Schaden gemacht. Ich habe 20 Appell. Oh, 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 oh. Oh, wer ist denn das hier jetzt gewesen? So, Fisch sage ich nur, du bist ein Fisch. Da war der Reaper. Super gemacht, Flori! Alter Schwede! Ich hätte ihn nicht nachwarten müssen, wäre er doch tot gewesen, aber gut. Kam der da noch um die Ecke, ey? Ich hab gedacht, der kam und guckt viel später. Ne, 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 ne. Ich bin an dieser scheiß blöden Leiche hängen geblieben. Oh! Frag mich immer noch, wie mich der Headcrap launscharfe Stadt hat. So, jetzt endlich mal Traitor gewesen. Was bin ich jetzt? Wir haben 26 Minuten. Ja, ich hab ein Ding zum Teil mal laufen. Achso, okay. Der schreit schon. Ich traue eine Waffe. Und Drater. Oh! Killt den Asen! Oh! Ich glaub, der Hase ist es wirklich. Der Hase? Der Hase ist es. Oh! Ich glaube, der Hase ist es wirklich, oder? Ah ne, Henki war das dann. Hast du eine Deagle gehabt? Ja. Hast du dann grad auf mich einfach so geschossen? Sauber, C4! Alter, was denn? Ich bin auch noch hinter der gewissen Fall, Mann! Henki! Was ist denn los? 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 Was ist der Teufel? Was war das denn jetzt? Da hängt C4! Da hängt C4! Da hängt C4! Da hängt C4! Und er denkt nicht was gewesen, weil ich hinter ihm stand! Deswegen denkt er, der Hase hat auf mich geschossen! Wo hängt C4? In der Eingangs hatte da einen Raum weiter! Ja genau, welchen weißt du jetzt nicht! Killt ihn da oben! Killt ihn da oben! Ich glaub, sie haben das C4 gefunden! Wir haben sie! Warum kittet die nicht einfach, wenn ich sage, ich hab C4 gefunden? Ja, die! Wer denn die? Du, du meinst du! Das C4 hab ich wirklich gelegt! Das hab ich gelegt! Das hab ich gelegt! Letzte Runde! Das hab ich gelegt! Ja, ich ging hin, wo zeig ich ihn schärfen? Ja, ich wollte auch hingehen und bam! Boom! Das war ein schönes C4! Äh, zwischen den Telefonkabinen da, was auch immer das war! Und die bei 4,30! Aber ich hab euch gesagt, dass die es waren! Ja, aber du konntest gar nicht wissen, dass ich es war! Doch! Ich hab euch erwischt, als ihr rauskommt! Und ich hab sofort Piepen gehört und dann war mir klar, Cyrex und Raid waren's! Aber du warst nicht hundertprozentig sicher! Doch! Ich war immer hundertprozentig sicher! Doch! Aber du warst hier nicht hundertprozentig sicher! Doch! Ich war schon und hab überprüft! Ich hab C4 gefunden, nämlich! Und zwar... Ich hätte es nicht sein müssen, ich hätte es ja auch übersehen können! Ey! Ich auch! Das war unten, Hanky! Ey! Das war ein bisschen nah, ne? Ich hab das Stein von meinem Ding gefallen und ey! Ich hab's nicht so unglaublich! Wo ist C4? Ich glaube in der Mitte, in dem großen Saal, glaube ich! Da, wo das Pistolen-Duell stattfindet! Okay! Wo soll C4 sein? Ich hör hier nix! Aber ich hab einfach ne C4! Äh, Raid! Von dir aus gesehen, rechts ist grad einer gestorben! Okay! Ja und ich hör auch C4! Woah! Woah! Ja, es kommt von der an Raid! Raus da! Raus da! Hab's! Hab's! Oh! Die letzten sieben Sekunden! Die letzten sieben Sekunden! Oh! Flori! Ich hab selber C4 gehört! Wer, wer hat zerstört? Ja, aber du kannst trotzdem... Hast du es auch zerstört? Wer hat zerstört? Warte, ich hab's hier! Wer hat zerstört? Zerstört! Platzieren! Zerstört! Nicht rausschießen! Einfach! Äh, das ist kaputt! Genau! Ja, genau! Wie zerstört man C4? Da gibt's noch... Ah! Was ist im Gang? Wo? Wo war der Molly? Oh Scheiße! Aber ich glaub jemanden, das erwischt! Ich glaub von oben war's... Hier brennt alles! Also ich bin unten, wo solltet ihr? Ich bin... Ich bin hier unten! Genau vorderm Oldieb! Der Nick, der jetzt oben ist dann töd ich einfach! Ich bin endlich mal hoch! Ja, oben irgendwo! Ganz halt oben! Ja, ich bin gerade... Von links kann die eigentlich auch! Von links kann die eigentlich auch! Von links! Von links! Aber irgendwer schießt auf mich! Irgendwer schießt auf mich! Von unten! Von unten! Da! 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 Du warst doch! Du warst doch! Du bist oben links! Es ist oben links! Du bist oben links! Ja, weil ich da gerade hingegangen bin! Ja, 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 ja! Hingegangen! Ich find mich mürde aus? Ich find effektiv nicht mürde aus! Ach, Hase lebt auch noch! Ja, aber ich find die... ...nach! Einlass Richtung Hase! Bruder da hoch! Na dies! also wer ist jetzt vor euch hallo hallo ja ich höre da rex das kann sein dass du traiter bist eben nicht ich habe ja nicht geworfen das war recht vielleicht auch nicht hoch und sagt red doch was weiß ich doch nicht und hanky und riechen müssen muss man sich nicht fragen er liegt hier tot na dann identifizieren mach habe ich nein hast du nicht doch nein habe ihn gemacht nein doch direkt du bist es doch in dieser rexel gelangt werden kann ich in der gruppe wenn ich die zoll kann ich nicht ab dann machst du nicht ich bin 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 ich nicht mehr